Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich komme von meinem ersten spirituellen Festival und es war so, so schön. Ich habe da meinen Schmuck verkauft. Ich hatte das Glück, dass ich mir angeboten wurde, da meinen Schmuck aufzustellen und einen kleinen Stand zu machen. Und dann habe ich quasi nebenbei Workshops gemacht, meinen Schmuck verkauft. Und ich bin sehr dankbar, diese Erfahrung mitnehmen zu dürfen, denn ich habe einfach so unglaublich viel gelernt an diesem Wochenende. Einerseits gab es natürlich super coole Yoga-Angebote. Jeden Morgen wurde meditiert, was in einer Gruppe von so vielen Menschen eh total besonders und schön ist. Plus die Menschen, die da hinkommen, sind natürlich irgendwie auf derselben Ebene. Das heißt, alle begegnen dir mit sehr viel Offenheit, mit sehr viel Wertschätzung, Liebe, gesehen werden. Und ich war einfach sehr heilsam in Verbindung, in tiefe Verbindung mit so vielen Menschen zu gehen. Und das hat bei mir ganz, ganz, ganz viel gemacht. So, worum dieses Video sich eigentlich dreht, ist das Thema Emotionen. Denn es gab einen Kurs auf dem Festival, der hieß Emotionen verkörpern. Irgendwas in der Richtung. Und alles, was um Emotionen geht, interessiert mich auch total, weil Emotionen, die in uns stacken, also Blockaden auslösen, Emotionen, die nicht, die unterdrückt werden, Emotionen, die nicht ausgedrückt werden, verstanden werden, führen letztendlich zu Krankheit, ob psychisch oder körperlich. Also, es dreht sich in meiner Arbeit, die ich die letzten Jahre mit mir viel hatte, dreht es sich eigentlich alles aus. Ich versuche, lerne meine Emotionen, jedes Gefühl zu fühlen. Ich versuche meine Emotionen, meine Gefühle zu verstehen, was sie mir sagen wollen. Ja, und somit verstehe ich mich auch immer besser und besser. So, deswegen, der Workshop hat mich schon mal mega angesprochen, weil verkörpern heißt ja auch, fühle sie nicht nur, sondern ich verkörper sie auch. Ich bin ja ein super Fan von fühle deine Gefühle, das ist der Schlüssel für so vieles. Aber Gefühle wollen nicht nur gefühlt werden, sondern sie wollen auch verkörpert werden. Das heißt, sie wollen Ausdruck finden in irgendeiner Art und Weise. In dem Kurs ging es erst einmal darum, die fünf Basis-Emotionen mal zu fühlen. In diese Emotionen reinzugehen, in die Wut, in die Trauer, Ekel, in die Angst und in die Freude. Da sich einmal reinzufühlen und wirklich im Körper mal zu empfinden, wie fühlt sich das an? Wo kann ich überall in meinem Körper die Freude spüren? Oder wenn ich in die Emotionen Wut gehe. Wo sitzt die Wut? Der Hals wird eng, die Brust wird eng. Vielleicht kommt ein Brennen im Bauch. Der Kiefer spannt sich an. Um wirklich mal zu fühlen, wie fühlt sich Wut in deinem Körper an? Und der dann auch Ausdruck zu geben und zu schreien und sonst was. Und da fand ich es auch schon super spannend zu sehen, wie stehe ich zu jeder einzelnen Emotion. Wie schwer oder wie viel leicht fällt es mir, diese Emotionen nach zu spielen oder Zugriff auf sie zu haben. Und die zweite Übung, die wollte ich dir nämlich hier in diesem Video mitgeben. Denn ich persönlich habe das in meiner schamanischen Arbeit auch in einer Art und Weise so gelernt. Aber ich fand diese Technik nochmal super einfach für dich zu Hause nachzumachen. Auch für mich selbst, die mir wieder in meinen Werkzeugkasten zu holen und mit der so zu arbeiten. Und zwar brauchst du für diese Übung, um zu verstehen, was deine Emotion dir sagen möchte, einen Gegenstand. Ich nehme jetzt mal das Kissen. Du kannst auch irgendwas anderes nehmen. Du kannst einen Stein nehmen. Du kannst eine Pflanze nehmen. Irgendetwas, was für dich jetzt die Wut präsentieren soll. Ich finde Kissen ganz passend, zum Beispiel bei Wut, weil da kann man einfach auch reinschlagen im Notfall. Das ist ein Gegenstand. Dem tut das nicht weh. Genau. Wir haben nämlich in der Übung, ging es darum, einem Gegenstand die Emotion zu übergeben. Das heißt, zuerst lokalisierst du dieses Gefühl in deinem Körper. Und dafür schließt du die Augen, um die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und fühlst erst mal, was ist da los. Und oftmals fühlen wir ja erst einfach nur ein Drucken, Brennen, irgendwie eine Enge. Und dann können wir vielleicht weiter gucken, was das für ein Gefühl ist. Und oftmals sind das vielleicht auch ganz viele Gefühle, die man da fühlt. Aber wir nehmen uns jetzt nur mal ein Gefühl raus, um zu gucken und um in Dialog zu gehen mit dem Gefühl, warum es da ist und was es braucht von uns. Denn Gefühle wollen gehört werden und eben eine Lösung finden, was wir jetzt in der Situation machen. Also eigentlich ist es ein ständiges In-sich-Fühlen und zu verhandeln mit sich selbst. Was brauchen wir gerade? Welche Bedürfnisse haben wir gerade? Wie kann ich mir diese Bedürfnisse geben? Eigentlich ist es ein jeden Tag Verhandeln mit sich selbst und irgendwie gucken, okay, wie kommen wir mit uns klar? Und was brauchen wir und was ist gerade nicht in Ordnung und was wollen wir? Genau. Und um das irgendwie mal aus dem Inneren nach außen zu bringen, hilft es mir auch, eben Gegenstände zu verwenden für meine Gefühle. Also wir fühlen in uns, lokalisieren das Gefühl und geben das Gefühl zum Beispiel jetzt hier in das Kissen. Und ich stelle mir dann wirklich vor, wie diese Wut, in dem Fall Wut, diese Wutenergie aus mir in dieses Kissen fließt. Und das ist jetzt mein Wutkissen. So, und jetzt gehe ich in den Dialog mit der Wut und frage sie mal, warum bist du da? Und dann warte mal einen Moment. Normalerweise fangen Ansätze in deinen Kopf zu kommen und du kannst in den Dialog mit dem Gefühl treten. Und Wut ist ganz oft da, weil irgendwelche Bedürfnisse von uns nicht befriedigt worden sind oder weil wir ein Verlangen nach einem Bedürfnis haben, es die Situation aber uns vielleicht gerade nicht geben konnte. Und Wut ist ja auch eher ein Schutz, es ist ein Angriff, das heißt, du befindest dich eigentlich gerade in einem Angstzustand, wenn du wütend bist, weil es gibt immer die Möglichkeit, wenn wir Angst empfinden, kämpfen oder flüchten. Und die Wut ist ja eine sehr starke, nach außen tretende Energie, feurig, was auch uns, was positiv ist, weil dadurch können wir gesunde Grenzen setzen. Aber jetzt ist ja die Frage, wie arbeiten wir mit der Wut? So, deswegen die nächste Frage, wenn die Wut erzählt hat, warum sie da ist. Die nächste Frage, okay, was brauchst du denn? Was kann ich dir geben, damit es dir besser geht? Und da kommt dann vielleicht sowas wie, ich brauche Sicherheit. Wie kann ich dir Sicherheit geben? Und dann kommt vielleicht, ja, indem du eine gesunde Grenze setzt. Okay, was für eine Grenze soll ich setzen? Und da ist dann wirklich ein Verhandeln mit deiner Wut. Was können wir jetzt gemeinsam tun? Wir sind ein Team, du bist gerade mein unsicheres kleines Baby und ich bin die Erwachsene und versuche, dir meine Liebe zu geben, indem ich dir meine Aufmerksamkeit schenke. Und dann kommt, wie gesagt, sowas wie, setze gesunde Grenzen oder spreche deine Wahrheit. Und immer wenn ich es nicht getan habe, kommt sonst die Wut wieder nach oben. Und das war ein ganz, ganz, ganz großes Thema bei mir ganz lange, dieses nicht meine Wahrheit zu sprechen, Angst davor zu haben, das zu sprechen, was ich denke und fühle, aus Angst vor Ablehnung. Aber trotzdem verletzt man sich damit immer und immer, immer wieder selbst. Also wenn die Wut hochkommt, dann ist sie ja in mir und dann verletze ich mich ja und nicht jemand anderes. So, also tut sie mir nicht gut. Also versuche ich mit ihr zu verhandeln, aber sie zeigt mir ganz genau, dass gerade was nicht stimmt und dass hier gerade ein Bedürfnis nicht befriedigt worden ist, dass ich mich nicht sicher fühle, etc., etc. Das heißt, nehmt eure Emotionen ernst, was sie euch zu sagen haben. Und immer wenn wir nämlich anfangen, sie wegzuschieben, zu unterdrücken, ihnen nicht zuzuhören, werden sie nur lauter oder drücken sich in Krankheit aus. Bei mir war es Neurodermitis. Ich herausgefunden habe, wie viel Wut in mir jahrelang gesteckt ist, weil ich nichts gesagt habe, alles noch runtergeschluckt habe, Konflikte gemieden habe, bis ich verstanden habe, Konflikte sind gut. Es ist nur die Art und Weise, wie wir Konflikt führen, darf gelernt werden. Aber Konflikt an sich ist gut, auch reinzugehen und zu gucken, auch gegenüber anderen Mitmenschen. Nur die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, ist halt so ein Lernfeld. Fühlt sich manchmal auch wie eine Matheaufgabe an, aber es ist Übung. Und ich habe auch sehr viel Glück die letzten Jahre, erst mal zu gucken, was ist da bei mir los, was kommt da bei mir hoch, was sind das für Gefühlsparteien, die da gesehen werden wollen, wie komme ich mit denen in Verhandlungen, wie zeige ich, was sie brauchen. Und dann kann ich damit, also so mache ich das zumindest, dann trete ich damit mal nach außen und gehe dann zum Beispiel in ein Konfliktgespräch mit einer Person, mit der ich das hatte oder die das ausgelöst hat in mir, weil das wahrscheinlich aus meiner Kindheit einen Ursprung hat, aber trotzdem ist die Situation ja da, wie sie da ist. Um eben wieder in Frieden zu kommen, gehe ich dann mit diesem Wissen, was ich über mich gesammelt habe, zu der Person und erzähle ihr das, was da in mir los ist. Und dass ich mir zum Beispiel Sicherheit in Freundschaften wünsche oder Sicherheit in Konflikten wünsche. Und dann guckt man, wie findet man gemeinsam eine Lügelsung, dass die andere Person sich vielleicht das nächste Mal noch sicherer fühlt. Ich glaube, wenn wir mit unseren Gefühlen im Reinen sind und sie verstehen und ihnen nachgehen, dann können wir ein friedvolles Leben führen, weil immer wenn irgendeine Emotion gerade unterdrückt wurde oder wir ihr nicht nachgehen, dann sind wir die ganze Zeit in dieser Energie, weil wir sie ja nicht ausgedrückt haben. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit Wut unterdrücke, dann ist die ganze Zeit Wut in mir und ich habe die ganze Zeit wutvolle Gedanken und würde eher in Wut handeln in Situationen, weil ich eh schon die Wut in mir habe. Als wenn ich sie einmal verkörpere, ausdrücke, fühle, sie einmal ausdrücke, indem ich stampfe oder gegen das Kissen haue oder einmal schreie und dann mit ihr in Kontakt gehe, indem ich gucke, was möchtest du mir denn sagen? So, ich höre dir zu, du darfst da sein. Und ich glaube, wenn man die drei Etappen meistert, umso mehr meistert man immer mehr und mehr sich selbst, würde ich, finde ich für mich, fühle ich für mich. So viel zu dieser Technik, das kannst du natürlich auch mit der Angst machen, das kannst du mit deiner Scham machen, mit deinem Ekel, all die Gefühle. Übertrag sie in ein Gegenstand und geh in Kontakt damit. Du kannst sie auch auf Stühle setzen. Es gibt auch eine Technik, wo man diese Anteile, aber da geht man mehr in die Seelenanteile von einem, zum Beispiel in den Leichtigkeitsteil in einem oder den Wutteil oder dem Schutz, die Mauer, die innere Mauer, die man auch auf einen Stuhl setzen kann. Aber wenn du Bock da noch auf ein zweites Video hast, dann schreib das gerne in die Kommentare, weil dann zeige ich dir noch die Technik, wie du mit Seelenanteilen, mit deinen inneren Anteilen arbeitest, wie du die aufstellst und wie du da auch Lösungen finden kannst, um Entscheidungen zu treffen, etc., etc. Genau, das fand ich auf jeden Fall nochmal schön anzusprechen, weil wir jeden Tag mit unseren Gefühlen konfrontiert werden und es jeden Tag irgendwie so eine kleine Challenge ist, damit klarzukommen und zu verstehen, was in einem da drin vorgeht. Ja, genau. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen und ich freue mich ganz ehrlich, im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.